Benutze Handbuch für das Universum Wenn es da draußen wirklich Außerirdische gibt, werden wir Ihnen jemals begegnen? Die Entfernungen zwischen den Sternen sind schwindelerregend groß, weshalb wir nicht sicher sein können, dass eines Tages eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht stattfinden wird. Wir könnten trotzdem in der Lage sein, miteinander zu sprechen. Ein Weg, auf dem dies geschehen könnte, ist über Funk. Im Gegensatz zu Schall können sich Funkwellen durch den wehren Raum zwischen den Sternen fortbewegen.